Musik Enkelin gerettet, asozialen, hergewaltiger getötet, eine ganze Seite. Ein immeraus glücklicher Zufall, dass der Fall Robichaud die öffentliche Meinung so erregte und Herbert Nolan dabei auch bei der Vice Corporation einen Profit einbrachte. LeserInnen sind immer betroffen von abrupt unterbrochener Realität. Das suchen wir. Immer. Detail aufbauschen, andere auslassen. Das ist alles erlaubt mit dem einzigen Ziel, in das Bewusstsein, in die Köpfe der Leute hinein zu gelangen und sie von daraus zu bedrängen.